Es war einer von diesen kalten, grauen Sonntagen, wie wir sie alle kennen. Ich stand an der Spree und philosophierte depressiv über mein Leben und die kaputte Gesellschaft. Kss, kss. Brauchst du was? Ich wusste nichts, was mich aus dieser ausweglosen Situation hätte holen können. Ich hab richtig guten Stoff. Ich finde das so faszinierend. Guck mal diese neuen Features hier. Crazy. Es gibt schon App Store und auf iOS.